Demonslayer, Kapitel 3, Überlebenskampf in Asakusa. Am Start, wieder euer Matt und... Habt ihr? Hallo? Los geht's! Jetzt neue Mission, los geht's! Leider werden manche Videos stumm geschaltet, manche Situationen, da man Urheberrechte nicht hat. Aber, passt doch! Ja. Es ist schwer für ihn zu gehen so schnell, nach seiner vorherigen Mission. Aber es gibt rumorenen von einem Demon in der Region. Ich möchte ihn zu investigieren. Es ist auch dieses feintes Gefühl, das ich in meinem Kopf habe. Ich möchte ihn herausfinden, was es ist. Ich spiele auf dich. Okay. Wird schon. Vielleicht bist du verliebt. Geht schon alles gut gehen, Digga. Ich hoffe, Mr. Kazumi kann zurück auf seinen Feet, nach dem, was passiert. Ich hoffe, alle diese Familien können. Ich bin immer noch nicht näher, nach Nezuko zu bringen. Ich bin noch nicht näher, nach Nezuko zurück in einem Human. Gah! Ich habe noch eine Mission bereit? Ja, du machst. Jetzt geht's! Kannst du mir zumindest eine Minute geben? Keine Zeit! Geh es! Oh Mann! Eindeutig, wir werden unterbezahlt. Wir kriegen nicht mal frei für ein paar Stunden. Sofort der Erste besiegt. Na, wo ist nach Deutschland? Nee! Kann ich mich ausruhen? Nein! Kann ich was essen? Nein! Dieses Leben als Dämonenjäger hätte ich mir anders vorgestellt. Aber nicht so. Ja. Aber die Stadt, wow! Die Grafik. Wunderschön. Vor allem der Springbrunne. Ich schaue das an. Oh Mann! Oh Mann! Das ist eine Sakuza! Wow! Die Nacht ist wie schäblich als der Tag hier! Es war total anders als in den Händen. Wenn alle die schäbchen? Was sind die Nacht? Was ist das? Oh mein Gott. Die Grafik. Alles so wunderschön. Okay. Muskeltiere. Stock. Was? Was wohl ist? Pass auf. Finger weg. Ich habe es gerade erst poliert. Sowas findet man nicht überall. Ganz abgesehen davon, wie teuer es ist. Pass es nicht mit deinen schmutzigen Händen an. Hey, meine Hände sind nicht schmutzig. Ich habe nur ein paar Schwierigkeiten und Training und so alles. Nur weil du so ein reicher Snob bist? Na los, Freunde. Mit dir. Ich wollte eh gerade gehen. Oh, tut mir leid. So, ohne Typen zu reden. Nein, danke. Warum sollte ich das tun? Okay, was ist hier los? Was das wohl für ein Gebäude ist? Ach, du hast Interesse an Shin... Gell? Shin-geki. Shin-geki. Was ist Shin-geki? Wenn ihr das wisst, schreibt es bitte in die Kommentarliste. Ich würde so gerne wissen, was das ist. Shin-geki? Ja, ja. Ich weiß es auch nicht. Modernes westliches Theater. Das ist die beste Unterhaltung hier in Asakusou. Warum sagst du nicht einfach Theater? Ganz einfach. Bro. Wow. Oh, das wusste ich nicht. Das ist wirklich nicht. Du konntest nicht einfach sagen, ja, das ist ein Theater und... Ich weiß, ich gehe also gerade hin. So kann ich nicht durch die Wände gehen. Was das wohl ist. Was? Wow. Drängst du dich etwa vor? Oh. Nein, Entschuldigung. Oh, Gott. Es wird jetzt von so vielen Leuten benutzt, dass es fast unmöglich ist, einen Anruf zu tätigen. Ja, da kann man wohl nichts machen. Dieses Ding lässt sich mit Leuten sprechen, die weit weg leben. Oh, cool. Ah, verstehe. Das nennt man Telefonzelle. So, wir sind schon in dem, ja, wo sie Telefonzellen auf unten haben. Okay. Werbeplakate untersuchen. Was für eine schöne Frau. Ihre Kleidung ist so leuchtend, dass sie mich fast blendet. Ich wette, so etwas würde Nesco gutstecken. Ähm, ein kleines Schwesterkomplex, Tanjiro? Bitte sag's mir. Nesco. Nesco wird gar nicht mehr gefragt. Wird einfach nur... Warum will ich... Ja, einfach geht schon. Oh, Nesco. Nesco looks like she's getting tired. Maybe I should let her rest. Yo. Das ist die Großstadt. Was passiert, wenn man ein Landeier auf dem Land, ein Typ, in die Stadt geht? Ich bin ja niemals in einem Ort, in einem Ort, in einem Ort. Ich bin ja niemals in einem Ort, in einem Ort. Und es ist viel zu schweig. Fleischgeruch? Nein, nein, nein. Nein, Michael Jackson. Schnell, daher. Wir haben gerade unser köstliches Essen liegen lassen, aber das ist es wert, hoffe ich. Er ist hier, gerade vorhin. Ich werde ihn nicht wegnehmen. Keine Chance! Er ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Er ist so nah. Okay. Er ist hier. Er ist hier. ich habe alles ja ich habe alles jetzt wenn wir zu ihm suchen eigentlich ich sehe ich mir das nur ein will ich mir ein wo ist er gefunden kann ich ein autogramm muzan kibutsuji daddy who's that he's what is this is he he's living here posing as a human i'm sorry is there something i can do for you do you need help you seem a bit flustered darling what's the matter they're human the girl and the woman their scent is human but how can't you tell this guy is a demon he eats people who is this boy i really don't know i'm just as confused as you are i've never seen him before he must have made a mistake thought that i was someone else oh you think that's it what's going on are you all right sweetheart no stop stop it listen you need to worry about yourself ma'am it's all right it will all turn out fine the woman's wound doesn't look fatal this man hasn't killed anyone yet damn damn it all i can't leave this man alone here muzan kibutsuji no matter where you go i promise you won't escape me what's the matter with that boy tsukihiko tsukihiko i'll follow you to the ends of hell and my blade will be the last thing you see i'll never forgive you for what you've done those hanifuda earrings what the hell's going on over here another drunk step away from that man right now kid i can't bring restraints to hold him down quickly get away from him get up please don't do that i'm the only one who can hold him back i said get off let me go i don't want this person to kill anybody just stay out of the way someone could get hurt scent of illusory blood visual dream that smell what is it huh what's with the flowers the hell is this i can't see anything is this some kind of spell that could mean trouble what you i beg your pardon but i noticed you called that man a person even though he is now in fact a demon and now you're trying to save him so if it's quite all right with you i'd like to lend a hand why in the world would you you're scent i know what you are i know you do yes i am a demon but i'm also a doctor i want to help and i want to destroy kibutsuji just who are you anyway let's talk more about this later first we need to treat these people i'll take them to my clinic will you come with us clinic but um my sister's waiting for me to come get her actually i see i'll go ahead and take these two in for treatment then yushiro please show him the way when he is ready me but i don't want to be separated from you yushiro do as i say yes ma'am well then i shall see you again soon so bin ich auch wenn ich einen korb kriege von einer frau so und das versteht keiner wahrscheinlich außer man kriegt auch selber den korb nezuko ich bin so sorry nezuko ich habe dich hinterlassen hmm oh yushiro's safe he'll guide us from here the place we're going is hidden by a concealment spell if you weren't with me you'd never find it under concealment oh yeah before we go did you know that girl is a demon and not much to look at either what was that did he just doesn't that mean ugly but who nezuko you gotta be out of your mind who would look at nezuko and think she's ugly she was the most beautiful girl in our hometown you know that let's go i know we're already coming but take back what you said about her eindeutig er hat ein tanji-rotten-schwestern-komplex die ist so wunderschön sie ist das schönste Mädchen auf der Welt der Herr Tanji Trödle nicht so herum Tanji großsama warte Tamayusa Tamayusa ich drödle nicht aber hör zu ich will dass du dir nezuko gut anschaust ok machen wir nezuko gut an also zieht sie sich jetzt aus von uns dann bitte nicht jetzt zuschauen das müssen wir dann rausstreichen ja ja hm Tamayusan gefahl mir ihnen den Weg zu weisen aber sie sagte nicht davon sie zur Praxis zu bringen wenn er nicht mit mir mithalten kann ist das nicht meine Schuld warum ist er da auch so langsam genau ich lass ihn keinen Fuß in unseren geheimen ok ok ich muss mehr zum Mikrofon zu spät gehen wir hey warte mal er ist eindeutig so angepisst so schnippiger Typ hä was soll das er ist so schnell warte bitte in dem Tempo werde ich ihn nie einholen können na klar wenn du dich dich bewegt ich muss einfach nur einen seinem Geruch folgen ja wenn du natürlich endlich mal losgehen tätest hättest du ihm das ist typisch Tanjiro das ist die Logik dieses Spieles wieder einmal ok aufregen den muss ich nachlaufen nein den kann ich nicht laufen ey schnell es gibt nur ehrenweg da nach hinten ist Hintze also oh das ist odd der Schuss hat sich hier zuhören was könnte das bedeuten ich würde einfach gehen ich würde auch mal sagen geh einfach durch die Wand mit dem Kopf durch die Wand wir schaffen das schon ok untersuchen oh es klappt wirklich du bist ja mann stress nicht wir kommen oder eine katze oder so und auf kenny lauf kriegt es da drüben okay ok es gibt eine methode wahrscheinlich ja klar irgendwo raufkletter natürlich so ein netter typ wirklich du musst mehr zum mikrofon näher ich gesagt da ist ja unser guter freund ja ich habe mit Gift Girl Wee Diver und tschüss naja wegen sie sind es okay wirklich hingelaufen jetzt guck dir weg mal wir wissen aber da wirklich hingelaufen ja es ist eine dämonenkunst auf jeden fall das sehe ich dann mal okay gut so haben wir die erinnerung an erinnerung es findet man einfach so praktisch weiter geht's was gibt es denn auch da ist für dieser weg so hinten aber ich komme da nicht hin weil später dann wahrscheinlich wieder da ist keine dämonenkunst kein gar nicht aber hier ist die wand und durch kann okay durch die wand er wartet immer noch nicht auf uns er kann uns nicht leiden ich verstehe also seid ihr auch team mesco schreibt es in die kommentarliste sagt ihr auch dass nesko schön ist wenn ihr auch der meinung schreibt schreibt es in die kommentarliste dass nesko schön ist also für mich für mich ist nesko schön ok 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 ich gehe mal den weg darunter da ist er nicht gelaufen bis jetzt so ich dachte schon ich habe mich verlaufen genau ein bisschen in den ganzen durch die wand wieder bitte danke habe ich hier schon mal gesagt dass du hässlich wirst okay ich wurde erwischt was hast du vor es war wohl nix okay jetzt hier 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 Kopf ab. Nächster Kopf ab. Ich frage mich, ob er uns mit Absicht diesen Weg gehen lässt, wo Dämonen sind. Ob er wirklich eigentlich unser Freund ist, glaube ich, langsam nicht mehr. Wir haben alles geholt. Da steht er doch. Aber er steht auch so, dass er mit dieser... Naja. Was wollen wir? Die Ärztin finde ich sympathisch, aber ihn... Er ist so ein verliebter Typ, der nur die Ärztin haben möchte. Wahrscheinlich. Deswegen tut er alles. Es ist ein ganzes Haus, die hier sitzen? Hör auf! Du hast besser sicher, dass du nicht die Frau in irgendeiner Weise offendest. Fertig? Eindeutig Fanboy. Bis zum geht nicht mehr. Deswegen. Einfach. Ignorieren. Komm in. Ich habe zurück, meine Frau. Ich bin sorry, dass ich alles für Sie für Sie zu beziehen. Wie ist sie? Sie wird eine volle Recoverung. Aber ihr Mann musste sich aufzuhalten. Er ist in der Basis. Ist es nicht schwierig, Menschen zu behandeln? Mit all dem Blut, ich meine. Ist das das, was du denkst? Sie schocken seine eigene Drohle, wenn sie ein Mensch behandelt, weil die Dämonen sich nicht kontrollieren? Nein, das nicht. Es ist nicht so schwierig, eigentlich. Zumindest für mich. Aber es ist unterschiedlich für andere Dämonen. Ich habe meine Physiologie sehr viel veränderiert. Und ich habe Kibutsu-Jis Kurs entfernt. Welche Kurs? Und welche Art von Veränderungen? Warum gehen wir nicht irgendwo, wo wir sitzen und reden können? Ich muss auch deine Seite der Geschichte hören. Okay, erzähl uns bitte mehr. Ja. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich was. In diesem Fall, ich denke, ich kann sicherlich sein, dass ich dir helfen kann. Aber zuerst, ich würde gerne weitergehen. Und erzähle dir ein bisschen mehr über uns. Wie ich schon gesagt habe, wir sind Dämonen. Jedoch, ich habe einige Veränderungen zu unseren Körpern, damit wir können weitergehen ohne Menschen zu leben. Und das Ergebnis, wir können nur eine kleine Menge von Menschen zu leben. Warte, Blut? Also, du sagst... Ich verstehe, wenn du es vergleichbar findest. Aber ich kaufe es von den Menschen in der Pohreie. Ich sage ihnen, ich benutze es für Transfusions. Aber natürlich, ich nehme nicht genug Blut, um jemanden zu verhindern. Ich verstehe. Ich verstehe. Das würde erklären, warum nicht einer von ihnen hat das gleiche Scent wie ein normaler Dämon. Und Yushiro braucht noch mehr Blut als ich. Denn ich bin derjenige, der ihn in einen Dämon hat. Du ihn in einen Dämon hat? Aber wie? Wie? Wie habe ich das gemacht? Nun, wie jemand weiß, Kibutsuji ist der einzige, der kann die Dämonen kreieren. Und das ist mehr oder weniger genau. Ich habe über 200 Jahre versucht, und trotzdem, Yushiro war meine einzige erfolgreichste Transformation. Was? Ich bin sorry, ich muss klarstellen. Verrückter mehr Dämonen ist nicht eines meiner Gäste. Ich versuche nur das, wenn es notwendig ist, auf den schädelnden oder schädelnden, und nur wenn sie nicht so weitergehen. Und auch in solchen Situationen, ich immer in den Falle fragen, ob sie wirklich lieber leben würden als Dämonen. Sie ist es kürzisch. Keine Begriffe. Ich glaube, ich kann sie vertrauen. Frau Tamayo. Once jemand wird ein Dämonen, ist es ein Weg, um sie wieder zurückzuziehen? Ein Weg, um einen Dämonen wieder zurückzuziehen? Es gibt. Bitte, erzähl mir, wie! Es gibt immer eine Art von Medizin oder Hilfe, egal ob die schädelnden oder schädelnden. Das gesagt, ich weiß noch nicht, wie ein Dämonen wieder zurückzuziehen. Aber ich versuche, wir finden einen Weg. Wir sind sehr beteiligt, wir haben eine solche Begriffe. Das erste Schritt ist, um die Blöden zu studieren, ein paar verschiedene Dämonen zu studieren. Das bedeutet, ich habe zwei Worte zu fragen. Erstens. Ich möchte, die Blöden zu studieren, die Blöden zu studieren. Zweitens. Wir brauchen mehr Samples. Ich möchte, sie aus dem Dämonen, aus dem Dämonen, die Blöden zu haben, die Blöden zu schädelnden. 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 Wenn ich sage, Dämonen mit der Blöden zu schädelnden, ich meine Dämonen mit powers, wie die von Kibutsu-ji selbst. Eskrankt die Blöden zu schädelnden von diesem Dämonen wird nicht einfach. Also, was du denkst? Oh. Hahahaha. Es ist gut, Jahobah. Dieses Gebäude hat sich nicht mehr aus dem Ansonsten. Das Handwerk von jemandem mit einem Dämonen zu schädelnden zu schädelnden. Aber das wird nicht erraten ihre Stücke. Du kannst nicht meinen Augen schädelnden. Hmm. Wir müssen nachdenken einen Dämonen zu schädelnden. Aber er bleibt mit demänen zu schädelnden? Ich muss sagen, Susamaru, dein Weg zu schädelnden ist einfach so immaturer, und wirklich schädelnden. Oh, stop schädelnden. Wer schädelnden? Mein Tamari hat gerade den Schädelnden zu schädelnden. Seine sind anders als demänen ich habe mit mit zu schädelnden. Sie sind stärker. Oder vielleicht schädelnden. Oh. Wir suchen einen schädelnden mit Hanifuda. Das wäre du, oder? Sie schädelnden? Ich habe Spaß. Ich bin. bin. Ich bin. Ich bin. DIP DIP W Es ist der Dämon Sie haben Dämon DIP Yo, gib mir das Blut. Ich habe nichts verstanden. Ja, ja, das weiß ich, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Es ist gerade so, als müsste ich alles verstehen. Ja. Oh. Oh. Ich verstehe natürlich nichts, weil, hä, was soll das? Hoppala. Oh, ich verstehe. Oh, ich verstehe. Hey, Susumaru. Du hast du etwas mehr anhandelst. Mein Kimono ist mit der Kiste. Stopp, du bist mir einfach. Wie ist denn so schwer zu sein? Du schauppst! Du schauppst nicht! Wenn sie wirklich 12 Kisuki'n Teil sind, sie nicht überraschend. Nein, ich gebe nicht auf. Okay, okay, nochmal. Okay. Das war nicht so... Ai. Das ist nicht so schön. Tanjiro! Okay. Wir enden es Tanjiro. Die hat er uns beendet mit ultimativen Technik. Lebt sie noch? Natürlich. Leider nur ein A. Schade. Ich bin nicht schlecht für ein Amateur. Jetzt sprechen wir! Oh? Kannst du glauben unsere Glück? Wir haben Tamayo, die Fugitive gefunden. Sie wird ziemlich ein Souvenir. Hey, Yahaba. Du denkst vier Hände werden genug für uns zu Hause kommen? Too viele. Wir brauchen nur zwei. Demonslayer und der Fugitive. Wir haben keinen Wunsch für die anderen. Hm. Ich werde noch ein bisschen Spaß machen, bevor wir die Demonslayer'er. Wir holen die Frau der Fugitive erst. Jetzt! Gehe! Nesuko. Kann sie das tun? Wenn Nesuko eine von ihnen beschäftigt, wird es leichter zu fokus auf den anderen. Aber... Nein, das ist nicht der Zeit, um zu beantworten. We just have to do it Nezuko, you go after one of them And I'll defeat the other You just have to keep them distracted until then You're going to fight me on your own How foolish Okay Bad kit Round come My Tamari will rip off hole through your body Ha 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 Not bad How dare you You're a damn fast Get out of my sight How dare you You're a stubborn one Okay, time to get serious Okay, then los geht's I'm gonna play with you until you're back I'm sure I'm going to do it again You're damn fast Hurry and bite the dust Get out of my sight How could this happen? Why am I having so much trouble fighting a little girl? Lady Tomo, what does this mean? Okay Was denn? Machst du jetzt ernst? Ich dachte, die ganze Zeit machst du schon ernst Okay 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 Warum soll ich nach vorne gehen? Mann, du bist feige Ich bin nicht richtig feige Was bin ich richtig feige? Wir haben einen schönen Garten Egal Mir siegt Der schöne Garten Schau den Boden an Jedenfalls Er ist noch erreicht Ist gut so Nicht flogen Okay 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 Time for you to disappear, you filthy little demon slayer And in the cruelest way imaginable I have to calm down I can't afford to get distracted I just have to keep an eye out for opportunities to get closer Until there is nowhere for him to run Come on I can do it I can do it Ich muss nur stark sein, wenn ich was Nein, alleine sollte nicht so stark sein Die blutige Dämonen-Kund Ja Ja Weiter Weiter Okay Dann komm mein Kopf Mein Kopf gehört mir was denn aber das water dragon ja nichts gemacht Not a chance! My sword is so heavy! But I got this! Second form improved! I'll get his blood! I have to! I need that medicine! No matter what! I'll fight whatever demons I have to! And take out every single one! Ladder up! Waterwheel! I did it! Oh, you damn brat! I just needed to bring him your head! That's all it would have taken to finally win his approval! I'll never forgive you! I'll make sure you pay for what you've done to me! My face is filthy now! I swear I'll bring you down with me! Oh no! He's got me! I have to use every move I have to stop him! Or my body will be crushed! Fourth form! Striking tide! Do something! Think fast! Don't get beaten! Not here! Waterwheel! Waterfall basin! Water surface slash! Drop ripple thrust! Whirlpool! I didn't get my blood! No! I cracked my rib! And broke my leg! I... It's no use! I'm so exhausted! I can't even hold my sword! I gotta go! I gotta get over there! There's one more demon left! Hang on! Hang on! I'm coming! I'll be there soon! Please be safe! Just hang on! Das... ...ist unser Lorenor Zorro! ...so... ... ... ... ... Is it over? Is she dead? She will be momentarily. This... ...is Kibutsuji's curse. The cells he left in her body rip her apart from the inside. Tanjiro... This demon we fought is not one of the 12 Kizuki. What? The 12 Kizuki all have numbers engraved on their eyeballs. But she doesn't have one. Which means that the other demon likely doesn't either. They were too weak. Too weak? Really? But with any luck... ...this blood will still be instrumental for us in developing a cure. Eh? It's a bit strange. She's been acting like this ever since she woke up. I wonder if she's alright. She's just fine. If I were to guess, I'd say she thinks of you both as family. Thinks of us as family? But I thought the spell Nezuko was under only made her see humans as family. You, Shiro, and I are demons. Not to Nezuko. You two are as human as anyone to her. She wanted to protect you. You know, I didn't like the idea of that spell at first. But she still seems to have a will of her own, so... I'm so sorry! Nezuko, stop it! Get away from her! You're being very rude! Thank you. Thank you so much, Nezuko. Would you still desire to live? Even if it costs you your humanity? You will indeed succumb to your illness if you don't. But... I must warn you. Losing your humanity... It is a painful experience. Yushiro and I will be leaving this region. It's far too risky to stay here now that Kibutsuji is so close. We need a new place to hide. And although I have been careful to keep my identity hidden... After treating so many humans, it is likely some of them have realized I am a demon. So... Tanjiro. Yes? In the interest of protecting Nezuko, would you like us to take her with us when we go? Huh? Obviously I can't promise her safety. But I believe she'll be in less danger with us than she would in battle. Maybe she's right. Wherever they end up... Nezuko would be safer with them. Hmm... Hmm... I don't think so, you should have to keep together. Miss Tamayo... Danke für deine Worte. Aber Nezuko bleibt mit mir. Nichts wird uns entfernt. Nein, niemals wieder. Ja, ich verstehe. Dann wünsche ich dir gute Worte. Alles klar. Wir werden uns verlassen, kurz wie wir unsere Tracks verletzen können. Du musst auch gehen gehen. Du bist richtig. Und gute Glück. Danke für alles, was du hast für uns gemacht. Lass uns gehen, Nezuko. Tanjiro. Deine kleine Schwester. Ich glaube, sie ist eine Schönheit. Ja! Ja! Das macht mich glücklich. Eigentlich siehst du das ein, dass meine kleine Schwester schön ist. Kapitel 3. Überleben. Ja, Ende. Junge nachgeschaltet. Tag. 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 Tag.